Dazu ein Beispiel. Frau Meier hat sich mit ihren 88 Jahren entschieden, zu Ihnen in die Pflegeeinrichtung mit dem schönen Blick auf den See zu ziehen. In der Häuslichkeit ist sie alleine nicht mehr zurechtgekommen und das Gehen fällt ihr immer schwerer. Beim Erstkontakt erzählt Ihnen Frau Meier, dass sie seit über zehn Jahren an ständigen Rückenschmerzen leidet. Durch das Screening wissen Sie jetzt, dass Frau Meier schon lange Schmerzen hat. Sie beginnen mit dem Assessment und finden heraus, dass Frau Meier unter chronischen Schmerzen leidet. Nachdem Sie geduldig Frau Meier zugehört haben und jetzt wissen, wo Ihre Schmerzen auftreten, fragen Sie Frau Meier, wie stark Ihre Schmerzen sind. Frau Meier antwortet Ihnen, geht so, mal sind die Schmerzen stärker, mal schwächer, mal sind sie nicht auszuhalten. Geht so, gibt Ihnen natürlich keine genaue Auskunft und sollte so auch nicht dokumentiert werden. Es stellt sich heraus, dass die Schmerzsituation von Frau Meier instabil ist. Welche Möglichkeiten gibt es jetzt, Schmerzstandardisiert zu messen? Alle bereits vorgestellten Schmerzmessinstrumente, wie zum Beispiel die numerische Ratingskala, die visuelle Analogskala, die BSD-Skala oder DOLO-Plus-Skala finden auch bei Einschätzung des chronischen Schmerzes ihre Anwendung. Die Deutsche Schmerzgesellschaft empfiehlt für die Verlaufsbeobachtung auf regelmäßige Abstände zu achten. Dabei sollen Häufigkeit, Inhalte und Zuständigkeit für die Verlaufserfassung individuell in der Dokumentation festgelegt werden. Hierzu eine praktische Anregung. Bei chronischen Schmerzen, die schon länger als drei Monate bestehen und stabil sind, ist ein dreimonatiger Evaluationstermin für die erneute Einschätzung der Schwere des Verlaufs und der Schmerzstärke sinnvoll. Bei der Schmerzerhebung und Verlaufsbeobachtung von Menschen mit Tumorschmerzen dieser Hinweis zum Intervall. Mindestens einmal täglich, wenn der Schmerz nicht adäquat kontrolliert ist bzw. bis ein stabiles Analgesieniveau erreicht ist. Mindestens einmal pro Schicht in der stationären Akut- und Langzeitversorgung. Mindestens bei jedem Besuch in der ambulanten Versorgung. Außerdem sollte bei neu auftretenden Schmerzen ein umfassendes Assessment durchgeführt und plötzlich auftretende Schmerzen als Notfall betrachtet und eingestuft werden.